Clemens auch die einzige Position letztendlich besetzt hat, wo wir keine anderen Gespräche mit anderen Kandidaten geführt haben, weil er einfach perfekt auf dieses Stellenprofil passt. Der Sommerurlaub ist endgültig vorbei. Werder Bremen hat die Arbeit und damit die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison am heutigen Montag aufgenommen. 28 Tage nach dem so dramatischen, aber letztlich ja gut ausgegangenen Relegationsrückspiel beim 1. FC Heidenheim sind Cheftrainer Florian Kohfeldt und seine Mannschaft zurück. Und ja mit denen einen ganzen Schwung an Neuigkeiten. Es gab eben eine große Pressekonferenz hinter mir im Stadion, auf der Trainer Kohfeldt, Sportchef Frank Baumann und Obacht Clemens Fritz sich zu strukturellen Themen und einigen Personalentscheidungen die neue Saison betreffend geäußert haben. Und Clemens Fritz, fangen wir direkt mit dem an, der wird künftig wie erwartet als neuer Leiter Profifußball des Vereins arbeiten. Ich freue mich auf eine neue Aufgabe, aber für mich ist auch wichtig nochmal zu betonen, dass gerade auch die Position Leiter Scouting, also es ist nicht so, dass da jetzt von meiner Seite weniger stattfinden soll. Es ist sicherlich so, dass jetzt ein paar Sachen neu dazukommen und mir ist es einfach auch wichtig, als Bindeglied zu agieren, als Ansprechpartner zu agieren. In Verbindung auch mit Tim Barton, dann natürlich Bindeglied, wie ich gerade schon gesagt habe, zu Florian, zu Frank, aber auch natürlich zum Staff drumherum. Dass Clemens dort ein Stück weit wie erwartet worden war, mit Sicherheit sehr nah an die Mannschaft heranrücken wird, deutlich enger heranrücken wird an die Mannschaft. Dort letztendlich in den Schnittstellen zwischen Mannschaft, Trainerteam, um Staff seine Erfahrung als langjähriger Spieler, als Kapitän mit seinen Fähigkeiten, letztendlich mit seiner Erfahrung dort ein wichtiges Bindeglied zu werden. Wir haben ja letztendlich auch gesagt, dass es wichtig war, dass diese Spielerperspektive uns vielleicht in der einen oder anderen Situation ein Stück weit gefehlt hat. Fritz soll ab sofort dafür sorgen, dass die Schnittstellen zwischen Trainer und Mannschaft, zwischen Mannschaft und Staff und allem drumherum besser funktionieren als in der Vorsaison. Denn das war ein Part der großen Saisonanalyse, die Werder ja vorgenommen hat, dass die Spielerperspektive im Alltag oftmals so ein bisschen untergegangen ist. War das Training vielleicht zu hart? Wie fühlt sich der ein oder andere? Um diese Dinge unter anderem soll sich Clemens Fritz künftig kümmern und damit Florian Kohfeldt zur Seite stehen, der sich sehr freut, dass, wie er sagt, eine enge Vertrauensperson, Clemens Fritz, diesen Posten künftig übernimmt. Ich sehe das als sehr großen Vorteil, dass wir beide uns halt einfach auch schon sehr lange kennen, Clemens und ich. Als Co-Trainer habe ich Clemens kennengelernt und ich glaube, kann man sagen, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gehabt. Wir haben danach immer Kontakt gehabt und ich glaube, das ist auf diesen Positionen enorm wichtig, dass dieses persönliche Vertrauen einfach sehr hoch ist, was man sich natürlich auch in einer neuen Konstellation erarbeiten kann, aber was hier einfach vom ersten Tag an zwischen allen handelnden Personen sofort da ist. Grundsätzlich hat er aus meiner Sicht vier Schnittstellen in der Mannschaft. Das eine ist die Mannschaft selber. Ich hoffe und erwarte schon und weiß, dass Clemens ein sehr hohes Ansinnen in der Mannschaft hat, eben auch über seine Vita, aber auch über seine Art und Weise, wie er ist, dass er da auch mal Gespräche führen kann, die nicht ein Trainer führt. Weil es ist immer so, egal ob man Trainer oder Co-Trainer ist, wir stellen die Mannschaft auf. Das gehört nicht zu Clemens' Aufgaben. Leiter Scouting bleibt Fritz allerdings trotzdem. Das macht er weiterhin. Parallel sagt, dass es kein Problem ist, diese Aufgaben miteinander zu verknüpfen. Und ja, man darf gespannt sein, inwieweit diese Arbeit von Fritz dann Früchte trägt. Er wird durchaus auch als eine Art Sprachrohr des Vereins auftreten und Kohfeldt in Sachen Öffentlichkeitsarbeit entlasten. Und ja, man muss abwarten, wie Werder am Ende davon eventuell profitiert. Gerade der Trainer, der sich, so die Hoffnung, so der Plan, dann mehr auf den eigentlichen sportlichen Bereich konzentrieren kann. Werder jedenfalls ist von Clemens Fritz ohnehin, ja, als Ehrenspielführer des Vereins, aber auch speziell in dieser Rolle als Leiter Profifußball mehr als überzeugt. Und es gab auch, das hat Baumann verraten, gar keine anderen Kandidaten, mit denen sich der Verein für diese Rolle beschäftigt hat. Also es war von vornherein klar, Fritz soll es machen, Fritz wollte es machen, Fritz macht es jetzt auch. Zweite große personelle Veränderung, auch rund um Florian Kohfeldt vorgenommen, betrifft das Trainerteam des Chefcoaches. Das wird zur neuen Saison nämlich, ja, ein verändertes Gesicht haben. Fangen wir mit dem an, was bleibt. Tim Borowski, frischgebackener Fußballlehrer, wird weiterhin mit Kohfeldt auf dem Trainingsplatz stehen. Die anderen beiden Gesichter aus der vergangenen Saison, Thomas Horsch und Ilja Grujew, allerdings nicht mehr. Horsch verlässt den Verein, wenn sein Vertrag eines Tages ausgelaufen ist, komplett. Und Grujew wird sich künftig um die Leihspieler kümmern, eine Aufgabe, die früher bei Fritz lag, die jetzt vom ehemaligen, muss man ja inzwischen sagen, Co-Trainer Grujew übernommen wird. Und dafür kommt ein neuer dazu. Daniel Zenkovic stößt neu in Kohfeldts Trainerteam. Kurzer Steckbrief, kurzer Steckbrief. 33 Jahre alt, war zuletzt Co-Trainer bei Hartberg in der ersten österreichischen Liga. Die waren da in der vergangenen Saison das Überraschungsteam. Und hat im Jugendbereich vor allem viele Erfahrungen gesammelt. RB Salzburg und Ajax Amsterdam stehen da auf seiner Visitenkarte. Also durchaus namhafte Vereine. Es ist so, dass wir uns dort entschieden haben, das Trainerteam wieder zu reduzieren. Es wird so sein, dass Thomas Horsch und Ilyak Grujew aus dem Trainerteam ausscheiden werden. Und wir mit Daniel Zenkovic einen jungen, dynamischen Co-Trainer dazubekommen werden, der über sehr, sehr viel Erfahrung im Jugendbereich verfügt. Kohfeldt hat erklärt, dass er sich von Zenkovic neue Impulse erhofft in der Trainingsgestaltung. Und dadurch dann Effekte, die die Mannschaft weiter voranbringen. Es ist davon auszugehen, dass Zenkovic, wenn Werder hier in den kommenden Tagen das erste Mal auf dem Platz steht, auch seine Arbeit dann aufnehmen wird. Und drei Spieler, die wird er allerdings nicht mehr kennenlernen bei Werder, die im Vorjahr noch da waren. Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede und Finn Bartels, die sind allesamt beim Trainingsauftakt nicht dabei gewesen. Sie sind ja auch keine Profis mehr des Vereins, nachdem ihre Verträge ausgelaufen waren. Und zwei werden es auch ganz sicher nicht mehr werden. Sebastian Langkamp und Philipp Bargfrede bekommen keinen neuen Vertrag von Werder. Das hat Frank Baumann während der Pressekonferenz erklärt. Telefonisch hat er ihnen das mitgeteilt und damit deren Zeit hier an der Weser beendet. Was natürlich vor allem im Falle von Philipp Bargfrede ja doch schon einen bitteren Beigeschmack hat. Der hat hier seit Jugendtagen gespielt. Baumann hat ihn selbst als Werder-Institution bezeichnet und genau das ist er auch. Und ja, der verschwindet hier jetzt durch die Hintertür, zumindest als Profi. Denn zurückkehren wird er eines Tages, wenn er seine Karriere dann irgendwann beendet hat. Hat er von Werder die Zusage, die vertraglich fixierte Garantie, hier ein Trainee-Programm starten zu dürfen, zu können. Und das wird er auch tun, das möchte er auch. Aber vorher soll die Karriere noch fortgesetzt werden. Bargfrede möchte noch weiter spielen. Wo? Ist noch nicht klar. Das wird sich über den Sommer hinaus dann zeigen. Für uns, insbesondere menschlich, auch keine leichte Entscheidung war. Wir aber diese Entscheidung letztendlich auch so getroffen haben, um dort einfach unsere Mannschaft zu verjüngen, um eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft ein Stück weit auch wieder aufzubauen. Aber eines Tages wird er zu seinem SV Werder zurückkehren, dann aber eben in Funktionärsrolle. Für Sebastian Langkamp gilt das nicht. Dessen Kapitel bei Werder ist endgültig Geschichte. Und das von Finn Bartels könnte es auch sein, aber das hat sich der Verein noch offen gelassen. Der bleibt also weiterhin im Wartestand. Aktuell auch ein vertragsloser Profi, aber Werder hat den fürs neue Jahr sportlich noch nicht ganz abgeschrieben. Das dürfte stark damit zusammenhängen, wie sich die Kaderplanung in den kommenden Wochen weiter gestaltet und ob Trainer Kohfeldt dann vielleicht auch kurzfristig sagt, Mensch, so ein Bartels ein Jahr, den möchte ich doch gerne noch weiter dabei haben. Oder eben auch, nein, Verwendung finde ich keine mehr. Das wird sich zeigen müssen. Das wird Finn Bartels erfahren. Dann werden wir es erfahren. Und ihr erfahrt es dann natürlich bei uns. Bis zum nächsten Mal.